Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr 2022 und freue mich darauf, mit euch zusammen zu entdecken, was das neue Jahr für uns alle bereithält. Ich hoffe natürlich auf sehr viele schöne Momente und positive Dinge, die wir 2022 vielleicht gemeinsam entdecken können und ja, ich freue mich einfach darauf, was das neue Jahr uns bringt, denn es gibt immer neue Möglichkeiten und neue Chancen. Und ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, was ich dieses Jahr auf meinem Kanal hier machen möchte und habe da auch so die ein oder andere Idee, aber ich brauche dazu auch euren Input und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was ihr gerne zukünftig auf meinem Kanal sehen möchtet, was ihr für Video-Wünsche habt, was für Themen euch interessieren und so weiter und so fort. Das könnt ihr natürlich unter diesem Video schreiben, aber auch unter jedem anderen Video. Ich lese ja immer sehr gerne eure Kommentare und wenn ihr Ideen und Wünsche habt, versuche ich das auf jeden Fall umzusetzen. Ein Fokus möchte ich auf jeden Fall darauf legen, möglichst viele neue Produkte auszuprobieren in allen Kategorien, sei es Make-up, Haarpflege, Körperpflege und so weiter und so fort. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde mein Bestes tun, nicht immer die gleichen Produkte zu kaufen und vorzustellen, also meine Lieblinge, die ich natürlich weiterhin habe, aber vielleicht finde ich ja auch neue Lieblinge. Wir werden sehen. Was eignet sich aber besser, neue Produkte auszuprobieren, als erst mal Platz zu schaffen bzw. sich von den Altlasten des vergangenen Jahres zu trennen? Und deshalb gibt es heute ein Aufgebraucht-Video. Es ist nicht allzu viel leer geworden, da ich ja noch nicht vor allzu langer Zeit ein Aufgebraucht-Video gemacht habe, aber ich möchte den Beauty-Müll des letzten Jahres einfach hinter mir lassen und frisch ins neue Jahr starten. Und deshalb zeige ich euch, was ich jetzt in der letzten Zeit aufgebraucht und auch aussortiert habe, glaube ich. Ja, aussortiert habe ich auch was. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne weiter dran. Ich habe mein Körbchen mit den gesammelten Werken hier stehen und greife einfach mal rein und zeige euch, was ich aufgebraucht bzw. aussortiert habe. Als erstes habe ich hier von Alverde den Schaumfestiger Bio-Lotusblüte und Bio-Violetta-Reis. Davon habe ich unzählige Flaschen verbraucht, als ich der Körbchen-Methode gefolgt bin. Es ist noch ein Bodensatz drin, aber das würde auf jeden Fall nicht mehr reichen, um das nochmal für eine Anwendung zu verwenden. Und offensichtlich folge ich momentan auch nicht mehr der Körbchen-Methode, also darf das gehen. Es ist wirklich nur noch wahrscheinlich ein Mühe drin und deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn ich es jetzt wegschmeiße. Es steht auch schon eine ganze Weile unbenutzt im Schrank und ich glaube, dass das auch nicht mehr wirklich gut ist, weil es sich eben um Naturkosmetik handelt. Kann ich aber sehr empfehlen. Hat bei der Körbchen-Methode wirklich gut funktioniert. Dann habe ich geleert, auch was für die Haare. Von Altera die Feuchtigkeits-Haarmaske. Eins meiner All-Time-Favorites und das ist sowas, wie ich meine, ich habe meine Lieblinge, aber ich möchte auch gerne neue Sachen ausprobieren. Hier weiß ich aber, dass ich immer wieder drauf zurückkommen kann, weil das eben mein Favorite ist oder eins meiner Favorites. Ich habe sie jetzt noch nicht nachgekauft, weil ich auch noch andere Sachen im Schrank habe, die ich aufbrauchen möchte und dann eben auch neue Sachen ausprobiere. Also wenn ihr einen Tipp habt für Haarmasken zum Beispiel, immer her damit. So, ich bleibe bei den Haaren, das stand aufeinander. Das hier habe ich auch aufgebraucht. Es stand relativ lange im Schrank, weil auch das aus der Zeit stand, als ich der Körbchen-Methode gefolgt bin. Und zwar ist das die Shea Moisture Jamaican Black Caster Oil Strengthen and Restore Treatment Mask. Da steht noch wesentlich mehr drauf, aber das ist einfach viel zu viel. Das ist eine sehr intensiv pflegende Haarmaske, die man auch gut auswaschen muss, damit die Haare dann nicht strähnig oder fettig erscheinen. Selbst bei meinen trockenen Haaren war das der Fall, wenn ich sie nicht ordentlich ausgewaschen habe. Der Duft ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil es relativ stark riecht, aber jetzt nicht so parfümig, als dass man davon Kopfschmerzen kriegen würde. Aber es hat einen sehr eigenen, für mich schon angenehmen, aber eben starken Duft. Hat die Haare sehr, sehr gut gepflegt, weshalb ich sie ja jetzt auch, wo ich die Haare wieder glatter trage, aufgebraucht habe und gerne benutzt habe. So richtig als Maske, so richtig als Maske, eine Stunde lang einwirken lassen, gerade hier in den trockenen Spitzen und Längen. Ein wunderbares Produkt, aber wie gesagt, ich möchte Neues ausprobieren und habe noch was im Schrank, deshalb habe ich auch das nicht nachgekauft. Kann ich aber, wenn ihr gerade welliges oder lockiges Haar habt und das eben auch natürlich tragt, sehr empfehlen als Haarmaske. Dann habe ich, ich will euch nicht nur Haare zeigen, deshalb nehme ich dann doch was anderes nochmal hier raus. Ich habe sehr viel Sand für die Haare, sehe ich. Naja, wie dem auch sei. Allwärme Pflegedusche. Bio-Sanddorn, Bio-Vanille, eine Limited Edition. Habe ich jetzt nicht nachgekauft, aber kaufe ich gerne und immer wieder, solange es das gibt. Und ja, finde ich gut. Hat gut gepflegt, die Haut nicht ausgetrocknet, schäumt wunderbar, riecht angenehm, kann auch der Mann gerne benutzen. Also insofern kann ich auch das empfehlen, wenn ihr gerne Naturkosmetik oder günstige Naturkosmetik-Duschprodukte benutzt. Etwas, das ich aussortiert habe, ist das hier von Sundance, also von der DM-Eigenmarke, das transparente Selbstbräunungsspray für Gesicht und Körper. Das hatte ich mir im Frühjahr oder Frühsommer letzten Jahres gekauft, weil ich einfach mal wieder Selbstbräune ausprobieren wollte, da ich von Natur aus so gut wie gar nicht bräune und doch eine sehr, sehr helle Haut habe. Deshalb wollte ich das zumindest mal an den Beinen ausprobieren. Es hat bei mir nicht so wirklich funktioniert, weil auch der Sprühkopf nicht so besonders gut ist. Also entweder habe ich zu viel Produkt erwischt, sodass es fleckig geworden ist, beziehungsweise wie so Wassertropfen, das musste man dann von Hand einreiben. Das war mir alles zu viel, weshalb ich es dann nicht mehr benutzt habe und ich habe neulich gelesen, man sollte solche Dinge auch keinesfalls aufbewahren und dann im nächsten Jahr weiter benutzen. Es ist ungefähr noch halb voll, aber liegt jetzt eben seit dem Sommer im Schrank und deshalb darf es gehen. Und vielleicht habe ich ja jetzt gelernt, dass Selbstbräunungsprodukte für mich nicht funktionieren. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, was für sehr helle Haut, die von Natur aus gar nicht bräun funktioniert und nicht an Orange oder Dunkelbraun aussieht, weil das dann nicht passt. Aber ich versuche es immer wieder und stelle immer wieder fest, es geht irgendwie nicht. Dann habe ich hier zwei Duftkerzen. Das ist kein Beauty, aber ich dachte, ich zeige euch, welche ich gelehrt habe, nachdem ich euch ja auch im letzten Jahr einen Duftkerzen-Haul gezeigt habe. Verlinke ich euch hier. Einmal ist das von Price's Candles die Duftkerze mit dem Namen Warm Cashmere. Das ist so ein kleiner Kunststoffbehälter. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist die Kerze nicht besonders gut abgebrannt, was ich schade finde, weil der Duft wirklich sehr schön war. Für meinen Mann war es ein bisschen zu parfümiert und ich rieche das auch jetzt hier direkt an der Nase. Also ist es ein bisschen sehr stark, aber wenn man das mal in einem größeren Raum brennen lässt und dann in den Raum reinkommt, das ist schon sehr angenehm, finde ich. Vielleicht werde ich diesen übrig gebliebenen Wachs auch noch weiterverwenden in AMT-Licht oder so. Mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall sehr angenehm, fand es eben schade, dass es nicht so gut abgebrannt ist. Was gut abgebrannt ist, ist diese Kerze. Das ist eine Duftkerze von Kneipp. Die hatte ich von meinen Eltern geschenkt bekommen im Oktober. Und die nannte sich oder nennt sich Glücklichsein, glaube ich. Ich habe den Kleber, wo das draufsteht, abgemacht. Da stehen nur noch die anderen Informationen drauf. Also die ist wirklich gut abgebrannt, war auch sehr gut beduftet. Für meinen Mann auch etwas zu stark, weshalb ich das dann nur angemacht habe, wenn er quasi eine Weile nicht in der Nähe war. Aber die hat mir wirklich gut gefallen. Die hat so einen leicht herben Unterton im Duft. Also fand ich wirklich sehr schön. Und dieses Glas werde ich wahrscheinlich auch weiterverwenden, weil es eben diesen schönen Holzdeckel hat. Also das mache ich sauber und verwende es dann für was anderes. Dann habe ich... Ich habe wirklich viel für die Haare. Das hier noch aussortiert. Und zwar von Alverde das Repair Spitzenfluid Bio-Avocado und Bio-Shay Butter für strapaziertes und brüchiges Haar. Das habe ich sehr lange in der Schublade gehabt bei meinen Haarprodukten. Und ich habe einfach Sachen, die ich lieber benutze, weshalb ich dazu nicht wirklich oft gegriffen habe. Erstens mal, weil mir der Duft nicht so wirklich gut gefällt. Da duften die anderen Sachen für die Haare besser. Und ich hatte auch irgendwie so ein bisschen Probleme beim Dosieren. Wenn ich zu wenig genommen habe, hat es keinen Effekt gehabt. Habe ich zu viel genommen, wurde es dann wieder ein bisschen klebrig. Also das war immer so eine Gratwanderung. Und ich bin damit nicht so richtig gut klargekommen. Also darf das auch gehen. Wie gesagt, ich habe ein paar andere Lieblinge. Hier sehe ich schon ein Stehen. Nämlich das hier. Das hatte ich mal geschenkt bekommen von Natura Siberica. Den Sanddorn-Ölkomplex für strapaziertes Haar. Und die haben hier unten immer stehen, was das bewirken soll. Das ist jetzt Regeneration. Und das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. So als Kleinigkeit. Und habe das auch bekommen. Das heißt, ich habe es auch wieder in Benutzung. Und war sehr froh, dass ich das bekommen habe. Weil ich die Flasche just an Heiligabend, als ich mir morgens noch die Haare gewaschen habe, aufgebraucht habe. Also war das ein perfekter Übergang. Und jetzt freue ich mich darauf, die neue Flasche zu benutzen. Habe ich ja schon in Benutzung. Aber ein echter Liebling. Kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Was ich auch dieser Tage jetzt aufgebraucht habe, ist ein Haarspray. Das ich wirklich sehr lange auch in meiner Haarschublade stehen hatte. Und ja gut, bei Haarspray kann nicht allzu viel passieren. Vor allem, wenn man es kopfüber aufbewahrt, nachdem man das benutzt hat. Genauso wie Trockenshampoo. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trick kennt. Also wenn man das benutzt, damit die Düse nicht verstofft, einmal über Kopf sprühen und dann auch über Kopf aufbewahren. Habe ich mal gelernt. Funktioniert bei mir sehr gut. Jedenfalls ist das von John Frieda das Frisk Ease Haarspray. Da steht Regenschirm drauf. Also es soll das Haar vor Feuchtigkeit schützen. Beziehungsweise vor Kräuselung durch Feuchtigkeit. Was ja besonders bei grausem und lockigem, beziehungsweise welligem Haar sehr gut ist. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Haarspray. Also früher habe ich viel Haarspray und auch Haarlack verwendet. Das waren die 90er. Wer hat das da nicht verwendet? Und dadurch, dass ich ja meine grauen Haare rauswachsen lasse, beziehungsweise meine Naturfarbe habe rauswachsen lassen, die jetzt auch zum Großteil eben meine Haarfarbe ausmacht, habe ich hier oben relativ grauses Haar. Also das Graue, was da rauskommt, ist teilweise sehr störrisch und auch bricht teilweise ab, weil graues Haar die Tendenz dazu hat. Und dann stehen hier solche kleinen Antennen manchmal ab. Deshalb bin ich wieder dazu übergegangen, Haarspray zu benutzen. Habe aber jetzt erstmal dieses leer gemacht und bin gerade dabei, mich nach einem Naturkosmetik-Haarspray umzuschauen. Ich habe auch schon eins auf meiner Liste, das ich wahrscheinlich bestellen werde. Insofern, das ist keine Naturkosmetik, was ich jetzt nicht schlimm finde. Fand ich aber sehr gut, hat gut funktioniert, ist jetzt leer und ich suche mir was Neues. In einem meiner letzten Videos, ich glaube, das war sogar mein Adventskalendertürchen, genau das muss mein Adventskalendertürchen gewesen sein, habe ich euch diese Augenpads gezeigt, die ich da zum ersten Mal verwendet habe. von Juti, die Augenpads Deep Hydration mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Ich fand sie sehr gut, also für einen Instant-Feuchtigkeitsboost waren sie sehr gut. Meine Augenpartie hat sich danach sehr gut gepflegt angefühlt. Das Trägermaterial ist vielleicht nicht ganz so umweltfreundlich, aber ich fand die sehr gut. Ich würde sie auch nochmal kaufen. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit auch von anderen gehört, die unterschiedliche Augenmasten von Juti benutzt haben, dass die damit nicht ganz so zufrieden waren. Also es kommt wahrscheinlich immer darauf an, welche das ist. Wie gesagt, das ist die Deep Hydration, fand ich gut. Es ist keine Langzeitwirkung, aber wenn man zum Beispiel ein Event hat, wo man hingehen möchte oder so einen frischen Kick haben möchte, fand ich die eigentlich völlig in Ordnung. So, dann habe ich auf, nein, habe ich nicht aufgebraucht, aussortiert, ein Deo. Und das habe ich mir tatsächlich auch erst im November oder Dezember gekauft. Und zwar von Alverde, der Deo Roll-On Bio Minze und Bio Bergamotte. Wo ich den jetzt so angucke, glaube ich, dass ich den auch in der Vergangenheit schon mal hatte und damit auch nicht klar kam. Insofern, als dass ich davon leider Ausschlag bekommen habe. Also so richtig starken Ausschlag unter den Achseln. Ich möchte da jetzt nicht mehr drauf eingehen. Das ist so ein bisschen TMI. Aber den kann ich nicht verwenden. Selbst wenn ich den verwenden wollen würde, es geht nicht, weil das wirklich ein schmerzhafter Ausschlag war. Und ich bin froh, dass ich mir kurz drauf noch ein anderes Deo gekauft habe, das ich in der Vergangenheit schon mal benutzt habe, dass das Ganze wieder gerade gebogen hat. Also es ist wirklich schade drum. Aber geht halt nicht. Ist manchmal so. Manchmal verträgt man Sachen gut. Manchmal eben leider nicht. So, dann habe ich noch zwei Sachen aufgebraucht, die ich sehr lange in Benutzung hatte, die auch wirklich lange gereicht haben. Ich habe sie zuletzt nicht ganz so regelmäßig benutzt, weil ich einen Favoriten hatte, beziehungsweise immer noch habe. Und zwar von Biovolen die Aktiv Harzsalbe und die Aktiv Honigsalbe. Ich habe euch da schon mehrere Sachen vorgestellt. Auch die Jasmin-Salbe für die Augen und auch die Moossalbe. Und letztere ist und bleibt einfach meine Favorit, weil sie ein Allrounder ist. Auch die fand ich gut. Kann ich weiterempfehlen, wenn ihr die entsprechenden Bedürfnisse habt. Also großblurige Haut, fettige Haut und so weiter. Dafür sind diese beiden Salben gedacht. Habe ich jetzt aufgebraucht. Aber wie gesagt, ich finde, die Moossalbe ist für meine Haut ein Top-Allrounder. Die kann ich auch gefahrlos an den Augen verwenden. Sie darf an den Augen verwendet werden. Und ich finde, sie gibt meiner Haut die entsprechende Pflege und Feuchtigkeit, die sie braucht, zusätzlich zu einer Augenpflege. Also die finde ich sehr gut. Kann ich empfehlen, wenn ihr entsprechende Bedürfnisse habt. Das war das Haarspray mit eurer Haut. Was ich auch aufgebraucht habe, ist von Balea das Vitamin C Serum. Ein echt tolles Produkt, wie ich finde. Ich bin jetzt nicht so der Wirkstoff-Experte, aber dieses Vitamin C Serum, finde ich, hat meiner Haut schon gut geholfen. Insofern, als dass meine Haut durch die Benutzung strahlender wirkt, gleichmäßiger wirkt. Ich finde einfach, dass meine Haut rundherum gut gepflegt ist. Ich benutze das morgens nach der Gesichtswäsche und vor meiner Tagespflege und ich bin damit so zufrieden gewesen, dass ich schon wieder die nächste Flasche in Benutzung habe. Und das müsste, glaube ich, dann jetzt sogar schon die dritte sein, wenn ich mich nicht täusche. Also ein gutes Produkt für einen kleinen Preis kann ich sehr empfehlen. Vor allem, wenn ihr mal Vitamin C ausprobieren möchtet. Und das letzte Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist tatsächlich was Dekoratives, das jetzt die Tage leer geworden ist. Und zwar von Terra Naturi, der Kajal in Rich Brown. Den hatte ich immer zur Wimpernverdichtung benutzt und habe jetzt wieder den von Bennecos in Benutzung. Auch ein Braunton. Ja, finde ich auch sehr gut. Auch ein günstiges Naturkosmetikprodukt, das ihr in der Drogerie findet bei Müller. Und kann ich empfehlen. Es ist ein richtig schönes, sattes Braun. Also kein rötliches Braun, sondern ein wirklich schönes, sattes Braun. Wie der Name schon sagt, Rich Brown. Und das war das letzte Produkt, das ich aufgebraucht beziehungsweise aussortiert habe. Und jetzt habe ich wieder ja, eine blanke Leinwand sozusagen und werde in diesem Jahr hoffentlich, so wie ich es mir vorgenommen habe, viele schöne neue Produkte kennenlernen. Da werden mit Sicherheit auch die ein oder anderen Flops dabei sein. Aber ich hoffe auch viele neue Lieblinge, die ich mit euch teilen kann. Und darauf freue ich mich sehr. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Lasst mir wie gesagt gerne in den Kommentaren eure Video-Wünsche oder was euch sonst noch einfällt da. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!